Beim B-Link Mini S12 handelt es sich um einen Mini-PC mit Intel Alda Lake N95 Prozessor. Der kompakte Computer verfügt über eine 256 GB SSD und 8 GB DDR4 Arbeitsspeicher mit 3200 MHz. Es handelt sich um eine Single-Channel RAM. B-Link stattet den Mini S12 mit Wi-Fi 5 aus. Über Bluetooth 4.2 kann sich mit Lautsprechern oder anderem kabellosen Zubehör verbunden werden. Der B-Link Mini S12 ist größtenteils blau, was eine gelungene Abwechslung zur sonst eher schwarzen PC-Landschaft darstellt. Auf der Oberseite des Gerätes befindet sich ein B-Link-Logo. Frontal wurden zwei USB-A-Ports, der Kopfhörerausgang sowie der rote Power-Button angebracht. Es handelt sich um USB 3.2-Generation, zwei Ports. Die Unterseite beinhaltet die Seriennummer, zwei Gummifüßchen und die Schraubeinlassungen für die Weserhalterung. Rückseite können zwei USB-A, ein Ethernet und zwei HDMI-Kabel angeschlossen werden. Die zwei HDMI-Ports eignet sich für ein Dual-Bildschirm-Setup. Neben den beiden HDMI-Ausgängen kann das Netzteil des Mini-PCs angeschlossen werden. Über eine Kingston Keylog lässt sich der Mini-PC an Ort und Stelle sichern. Die linke und rechte Seite beherbergen jeweils Lüftungsschlitze. Der gelbe Info-Aufkleber auf der Oberseite kann nach zur Kenntnisnahme einfach entfernt werden. Für den Anschluss an einen Monitor enthält der Lieferumfang des B-Link Mini S12 zwei HDMI-Kabel. Mit Hilfe der Weserhalterung kann der Mini-PC auf der Rückseite eines Bildschirms befestigt werden. Ein 36-Watt-Netzteil versorgt den Mini S12 mit Strom. Der Computer eignet sich folglich für Menschen, deren PC-Ausstattung möglichst wenig Strom verbrauchen soll. Durch den kompakten Formfaktor nimmt er gleichzeitig kaum Platz am Schreibtisch oder hinter einem Monitor ein. Der B-Link Mini S12 wurde vom Hersteller mit Windows 11 ausgestattet. Das aktuelle Microsoft-Betriebssystem bootet beim ersten Start in die Windows-Einrichtung. Die vorinstallierte Software verfügt über mehrere Sprachen, unter anderem auch Deutsch. Die Betriebssysteminstallation dauert ca. 7 Minuten. Im Anschluss empfiehlt es sich, alle Treiber auf den neuesten Stand zu bringen. Der M.2 PCLI-SSD-Slot kann SSDs mit bis zu 2 TB aufnehmen. Die interne SSD ist mit 256 GB relativ kompakt. Ein SSD-Upgrade dürfte, wenn der PC für die tägliche Arbeit genutzt werden sollte, empfehlenswert sein. Sollte der Speicherplatz nicht ausreichen, kann auch ein 2,5 Zoll SATA-3-Laufwerk eingebaut werden. Für die meisten Arbeiten empfiehlt sich allerdings eine SSD. Von einer Festplatte sollte man 2023 Abstand nehmen. Die gewünschte SSD sollte nicht höher als 7 mm sein. Der 8 GB DDR4-Rahmen mit maximal 3200 MHz lässt sich auf 16 GB upgraden. Vergleicht man den Intel Alder Lake N95 mit dem zuvor sehr beliebten N5105, fällt direkt auf, dass der N95 im Turbo-Modus mit 3,4 GHz deutlich schneller wird. Zwar legt der Bass-Takt beim N5105 bei 2,5 GHz im Turbo-Modus, erreicht besagter Prozessor aber nur 2,9 GHz. Im Zuge dessen hat sich auch die maximale Leistungsaufnahme beim N95 von 15 Watt auf 25 Watt erhöht. Diese werden aber nur im Turbo-Modus erreicht. Durch den Performance-Boost schneidet der B-Link Mini S12 in den Benchmarks durchschnittlich besser ab. Dass der Mini-PC dabei nicht überhitzt, liegt an der Heatsync, die B-Link verbaut hat. Mit Jena wird der Intel N95-Prozessor gekühlt und eine Leistungsreduzierung vermieden. Der Prozessor verfügt über vier Rechenkerne und 6 MB L3-Cache. Als GPU kommt eine Intel UHD Graphics zum Einsatz. Die GPU taktet mit 1200 MHz. Der B-Link Mini S12 kann auch für Freizeitaktivitäten genutzt werden. Neben Office-Anwendungen oder rudimentärer Bildbearbeitung lassen sich auch leichte PC-Spiele auf dem Mini-PC installieren. Der kompakte Computer kann sich dafür eignen, Retro-Spielen ein neues Leben einzuhauchen. Spiele-Klassiker der 2000er benötigen keine Nvidia GeForce RTX 3080, um flüssig zu laufen. Stattdessen können mit dem B-Link Mini S12 stromsparen Spiele-Highlights der eigenen Jugend nochmal durchgespielt werden. Darüber hinaus wäre der Einsatz als Emulator oder Spiele-Streaming-Station denkbar. Der B-Link Mini S12 kann auch im Heimkino platziert und dort als Mediencenter verwendet werden. YouTube-Wiedergaben laufen ebenso flüssig wie Netflix-Serien. Der B-Link Mini S12 ist deutlich kleiner als der typische Windows-Desktop-PC. Auf 115 x 102 x 39 mm sind naturgemäß einige Abstriche zu machen. Der Mini-PC verfügt nicht über USB-Ports. Auch ein Fingerabdrucksensor wurde nicht verbaut. Dieser ist nur bei den größeren Modellen, wie etwa dem B-Link GTR 6, vorhanden. Ähnlich wie alle anderen B-Link-PCs lässt sich der Mini-PC nicht über USB mit Strom versorgen. Über HDMI können vier Kabelschirme mit 60 Hz angesteuert werden. Anders als bei größeren Modellen steht nur ein RAM-Slot zur Verfügung. Soll der RAM von 8 auf 16 GB erweitert werden, muss ein entsprechend großer SO-DIMM DDR4-RAM-Riegel gekauft werden. Die B-Link Homepage illustriert bereits einen der Haupteinsatzzwecke des Mini S12, die Office-Arbeit. Der kompakte Computer eignet sich, auch aufgrund des leisen Lüfters, gut für den Einsatz im Büro. Denkbar wäre die Verwendung zum Bearbeiten von beispielsweise Unitexten oder den üblichen Homeoffice-Tätigkeiten. Der 200-Euro-Mini-PC kann in diesem Zusammenhang ein attraktives Angebot für Menschen darstellen, die nur ein begrenztes Budget zur Verfügung haben. Allerdings müssen Tastatur, Maus, Lautsprecher und nicht zuletzt der Bildschirm zusätzlich angeschafft werden. Gerade letztere lassen sich günstig auf eBay-Kleinanzeigen erstehen. Auf Amazon wird der B-Link Mini S12 für 269 Euro angeboten. Auf der Artikelseite lässt sich tagesaktuell ein 30-Euro-Gutscheincode aktivieren, der den Preis auf 239 Euro senkt. B-Link selbst bietet den Mini S12 etwas günstiger an. Legt man den Mini-PC auf der Artikelseite in den Warenkorb, werden am Checkout nur 199 Euro berechnet. Versandkosten fallen keine an. Wer viel mit dem Mini-PC arbeitet, sollte allerdings zusätzlich die Anschaffung einer größeren SSD im Hinterkopf behalten. Ihr habt noch Fragen zum B-Link Mini S12? Dann habt damit in die Kommentare. Mein Name ist Sarah-Lisa Ole für die Nerdbench.